Hä? Was denn da jetzt passiert? Das hab ich jetzt nicht verstanden, was hier passierte. Das war doch auch irgendwie ein Fehlerchen, oder nicht? Licht aus. Er denkt sich, oha, oha. Den klicken wir mal schnell weg und dann ab in der Ecke hier, oder wie? Aha, aha. Er sieht mich nicht, er sieht mich nicht. Und wir schleichen uns einfach mal ins... Around the corner, schleichen wir uns mal hier hin. Na los. Auf nach Susan. Mal schauen, ob hier gleich Geister kommen. Oh. Was will der Stinker denn hier? Bitte, bitte. Kannst du mir nicht helfen? Bitte. Was säuft denn, was säuft denn der da? Ich will nicht sterben. Bitte. Die anderen sind weg. Du bist der einzige. Bitte. Du kannst mich hier nicht hören, aber du kannst mich in deinen Tränen hören. Bitte. Wachst du und hilf mir. Huh. Subtle Interjection. Was ist ne Heulsuse? Hey. Ignore them, Susan. Listen to me. Kannst du dich gar nicht stören. Ich spreche zu dir, Clown Shoes. Du bist mit mir? Ja, natürlich. Ja. So, kannst du lange genug sagen, um mir zu erzählen, was passiert? Ich... Ich kann nicht. Du bist wie ich. Ja. Ich bin tot. Wie ich bin. Wait a minute. Just a goddamn minute. You know you're dead? Yes. Well, that certainly saves time. We can help you. Here, grab ahold of this. No. Get that away from me. What the hell is wrong with you? You need saving. We're here to save you. What's the problem? I can't. What are you so scared of? You're stuck, right? We can help you move on. No. I don't want to. You don't want to? No. I... I'm afraid. Oh. Oh. You're afraid, are you? You believe this guy? Let Joey handle it. What do you want? Safety. Sanctuary. It's following me. Was? Watching. Trying to take me. But it hasn't caught me yet. Not yet. Yeah, whatever. This guy's off his nut. Let me handle this baby doll. I know how to speak to spooks like this. Do you? What? What hasn't caught you? It. It. I see it everywhere. And every shadow. And every corner. Why is it after me? Why? The soft touch ain't gonna cut it, sweetheart. Ach, come. Let me show you how it's done. No, I come. Do it your way. All right, Mac. Spill. You've scared these girls literally to death. And I want to know why. What are you so afraid of? I... I don't want to burn. Burn? Oh, I get it. You think you're going to hell? It's the devil himself. He told me. Please don't make me go. You're scared of the devil, huh? Yes! Yeah, well, I don't see any devil. There's just you and me. And you know what? I'm worse than any devil you'll ever see. Hey! I've been doing this for 40 years, bucko. Every ghost I meet goes to their final rest, one way or the other. You're scared? I don't give a rat's ass. Two people are dead because of you. So take the damn tie and let's get this over with. No! You can't make me. Don't make me burn, please! Geisterschlägerei. Ghosts aren't supposed to feel pain, but I've learned some tricks. Now take the damn tie. Joey, stop it. That's... That's not a good thing. That's not a good thing. Do you want to handle this? Go right ahead. Let's see you do any better. You killed two people. Almost killed a third. Doesn't that mean anything to you? They called me. Why would they call me? If they couldn't help me? Yeah, that didn't work. I'm taking over. So, are we going to do this the easy way? Or the hard way? Please. Please. What are you going to do to me? Please don't make it get me. I don't want to go to hell. 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 You want to stop talking crap? Hey, stop. Let me talk to him, okay? I don't believe in hell, buddy. But you have two choices. The slight possibility of an eternal torture in hell. Or the dead certainty of an eternal torture by me. But you can't. Sure, I can. You're going to stop me? Make your choice. I... Wrong answer. I'll get one again. You're hurting him, Joey. Yeah, that's the idea. You got any better ones? Let me talk to him. Kids, stay out of this. This is between me and the spook. Well, fine. Just stop hurting me, please. Go. Take the tie. Trink noch einen Schluck von deinem Geisterwasser. Tja, so richtig sympathisch macht der Joey das nicht, ne? Ich bin immer noch der Meinung, dass wir den wieder loswerden sollten. Dass der auch in sein Reich gehört. Ich bin immer noch der Meinung, dass er mich wieder loswerden sollte. Ich glaube, dass das nicht möglich ist. Er hat mich hier forciert. Ich... Ich... Es... 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 Huch. Was ist das denn? At last. Ich habe dich gefunden. Äh, äh. Nein! Ich habe dir gesagt, es gibt keinen Erkauf. Was ist das? Oha. Oh, crap. Joey? Joey! Get me out of here! Stay away. Stay away! There is nowhere to go. You cannot return to the mortal world. You can only go through me. Accept the punishment for your sins. And come with me. Help me. Help me. You brought me here. You have to save me. You have to. Fool. No one can save you now. I'll give you a moment to prepare for the eternity to come. But then, you are mine. Oh, oh, oh. Straight to denial. This is not happening. Please! You've got to do something! You can't even go through my sins here. Demon. Hello, Demon. Oh, excuse me. Converses with me not. I shall give him time to prepare himself for the eternity to come. Wo kommst du denn da her? So, so. Warum hast du diesen Mann? Für seine Schulden. All diese Zeit, er hat sie nicht verabschiedet. Selbst nach diesen vielen Jahren der Tod, er hat sie immer mit ihm genutzt. Kannst du ihn nicht einfach verlassen? Er hat viele mit seiner Schulden verabschiedet. Seine Schulden ihn verabschiedet, selbst als wir sprechen. Frage dich selbst. Wird er Gott verdient? Ich weiß nicht. Aber eigentlich... Ja. Kannst du so denken, aber dein Herz glaubt es nicht. Du hast die Ergebnisse seiner Aktien mit deinen eigenen Augen verabschiedet. Oh, kann ich ihm den Stein an den Kopf werfen? Äh, entschuldige mich. Konvers mit mir nicht. Ich werde ihm Zeit geben, um sich zu vorbereiten, um die Eternität zu kommen. Aber dann ist er mir. Nein. Kann ich mit dem reden? Was ist das Ding? Ich... ...dann... ...wähne. Es haupte meine Träume, als ich lebend war. Und würde mich nach der Tod nicht alleine lassen lassen. Und jetzt... ...dann ist kein Platz, um zu gehen. Was läuft denn da die ganze Zeit? Meine Flasche. Ja, was ist da drin? Nichts. Es ist nur eine... ...Fahrzeuge, ich glaube. Ich hab' den Whisky gehabt, als ich lebend war. Hä? Was ist das in deiner Flasche? Meine Flasche. Ja, was ist da drin? Nichts. Es ist nur... Ich glaube, er weiß doch warum. Na, nochmal. Na toll. Was ist das in deiner Flasche? Ja. Nichts. Es ist nur ein... Ich hab'... Kann ich hiermit anfangen? Oh. Huppala. Mr. Demon. Mr. Demon. She speaks wisdom, Worm. You are totally without redemption. And you know it. Vielleicht hat er ja wirklich was böses gemacht. Das ist ja doof. Warum... Warum verschwindet denn diese Möglichkeit hier? Das ist ja echt kacke. Und was soll ich mit dem Stein? Kann ich hier mit irgendwas kombinieren? Dummdidl dumm dumm dumm. Huch. Bitte, helf! Was ist das in deinem Schiff? Meine Flasche. Ja, was ist da drin? Nichts. Nichts. Es ist nur eine... ...messlich, ich glaube. Ich hatte Whisky in es, als ich lebend war. 5... Ja, und jetzt... ... ... Ich, dass das Spiel jetzt darauf wartet, dass ich dem hier nochmal... ...dem nochmal frage, nach... ...nach... ...nach seinen... ...seinen Sünden. Aber das gar nicht mehr kann. Kann ich hier einfach hin klicken? Was ist das in deinem Schiff? Meine Flasche. Ja, was ist da drin? Mit der Natur kann ich das auch auswählen, aber... ... ... ... ... Dem kann ich auch nicht mehr reden hier. Kannst du ihn einfach gehen lassen? Er hat viele seine Säte zu töten. Ja. Du könntest so denken. Du hast gewonnen. Ja, das macht ja alles keinen Unterschied hier. Die Mistkacke. Ach, Foto gucken... ...nützt mir jetzt auch nicht viel, ne? Jetzt kann ich mich nicht mal mehr bewegen. Die erzählen immer nur das Gleiche. Wie? Er hat seine Säte zu töten. Nein. Du kannst richtig sein. Was? Sie spricht für Wiesnwurm. Du bist total ohne Reduktion. Und du es kennst. Kötze dich selbst. Weil die Zeit näher ist. Was... ...was soll ich mit diesem Stein machen? Huch. Aha. Die Frage ist, hätte ich das jetzt irgendwie verhindern können? Du sagst, du würde helfen. Ich bin sorry. Nein. Hm. Dick ist er. Ja. So, so. Und da ist das Türchen wieder. Das war ja nicht so eine schöne Erfahrung. Ja. 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 Ich bin gut. Was dauerte dich so lange? Es wurde... ... ein bisschen kompliziert. Ich bin nur glücklich, dass du okay bist. Lass uns raus. Ich brauche etwas Luft. Ich weiß das perfekte Ort. Ja. 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 Du. Du, du und es. Uh. Das ist eine interessante Frage. Ich war mir nicht. Sie wollte dich auszuhalten. Sie wollte das richtig machen. Sie sagte. Du, du hörst mich nicht. Du, du und es warst zu schützen. Du, du und es schaffst alles. Du, du und es um dich auszuhalten. Du. Und dann ist sie in diesem weirrten Koma. Ja. Na, ich glaube ihm nicht so ganz. Hallo, Ton? Ein abrupter Songwechsel hier. Medium well done. Ach, das war es schon. Huch. Das ging ja schneller als ich dachte. Ja, dann war es das schon. Background Art. Tom Scary. Chris Femo. Tja. Das war ja kurzweilig. Aber es gibt ja auch noch drei andere Blackwell Stories, ne? Das ist ja die Frage, wie das... Wie es da weitergeht. Das werden wir auch noch herausfinden. Ja, das waren jetzt... Wie lange habe ich das jetzt gespielt? Das waren ja gerade mal vier Stunden oder so. Ich glaube, das war ja schon. Wie lange ist es so, wie diese ... Ja, das war ja nur. 어차피 filed. Im Moment. Ich bin ja auch. Ich bin, das war ja auch. Da war ja auch schon. Er macht dann. Oh ja. Ich bin ja auch immer. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Dave Gilbert höchstpersönlich als The Demon. Und Kaffee. Ha 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 ha. Special activation code, bright eyes. Wet Jedi games. Okay. There's hundreds of confused spirits out there, sweetheart, and there's nobody else who can help them. There's just us, bestowing eternity on every sob story out there, one lost soul at a time, whether we want to or not. Hmm.